Naja dann. Naja dann? Große leere Fläche mit Sachen. Waffen, die für höheres Level sind. Interessant wie nah Sanctuary eigentlich ist. Wenn man nachdenkt. Hängt ja da oben schon in den Himmel. Alle Granaten kann ich nicht aufheben, wenn ich sie voll hab. Den Rest kann ich wirklich aufheben. Wir haben Granaten ja separat. Ja, aber warum kann ich die ganze Munition aufheben, obwohl sie voll ist? Konnte ich vorher nie. Tja, weißt du das jetzt? Sieht sich aus die Kiste. Hallihallo. War nicht die erste. Granaten, Granaten. Ja für Level 24 wurde mir eigentlich. Ich hab auch noch welche 24, ja. Müssen wir nachher mal hinsetzen. Ja, wenn ihr Level 24 seid und ich noch nicht. Hier sind wir auch jetzt noch nicht, ne? Äh, ich weiß. Aber ihr seid schneller als den nächsten dran. Ist da sind die Optionen drin, dass man alles aufhebt, bevor man nicht muss? Steht das da irgendwie drin? Wollte eigentlich nicht so sein. Ja, das ist Leg Sniper. Eines besser nehme ich an. Kann ich dir grad nicht sagen, Moment. Ich such das jetzt gerade. Tada. Dann. Laufen wir schon, um ist das vor. Oder auch nicht, wegen unsiebarem Wenden. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber, wir haben sie leben lassen. Denn, so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Aha. Oh ja. Die Slack-Waffe... ...ist tatsächlich besser. Hat aber weniger Schuss. Und vor allem ist sie auch Level 24. Lohnt sich also gar nicht. Schöne Aussicht. Lass mich nur kurz wieder zu euch kommen, danke. Ja, ja. Und ich würde wirklich gerne wieder nur das aufheben, was ich auch aufheben kann. Das fände ich viel geiler. Das ist für Multiplayer einfach besser geeignet. Ja. Also nichts mehr aufheben. Ja, aber ich werde nicht nur die einzelnen Sachen aufheben, wo ich die Money für brauche. Weil das dauert zu lang. Slam, du bist gleich beim Bunker. Ich schicke dir ein paar Jungs zur Hilfe. Uff. 24, aber... Moment. Uh, ist das Raketen-Munition? Auf die Atmen? Ja. Geil. Ich hab noch 12 Schuss. Ah. Die hab ich eben auch gebraucht. Die ist um einiges stärker als meine, tatsächlich. Ja, dann nimm sie. Ist auch nur... Ah, hat einige Nachteile, aber ich nehm trotzdem mit. Nehmen wir also. Wird doch voll wenig Schaden, oder nicht? Mehr als meine. Ist halt mal 3, ne? Wow. Du hast deine Ultra-Waffe da irgendwo rausgeholt. Schon vergessen? Ultra-Raketenwerfer, ja. Ist aber nicht aus so ner Kiste. Trotzdem ist das ein Ultra-Raketenwerfer, so. Oh, das ist nicht schlecht. Schau nach oben, Slap! Ne, danke. Juhu, Kopter! Freunde! Nach oben ist doch König der Löwen, oder? Dann wird man doch immer verarscht, wenn das jemand sagt. Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Die dezimieren deine Luftunterstützung! Nummer 5 und 5! Was für Automatikgeschütze? Die, die schon weg sind, nehm ich an. Erstmal schaut, du gehen. Aber lustig. Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst die Aktivität, wenn du den Bunker zerstörst. Ich hoffe, du bist geimpft! Na dann kämpfen! Ja, ne? Ich glaube, hier steht ein riesiger Bosskampf bevor. Neee. Ich habe aber alles voll, ich will nicht immer noch alles aufheben können. Ja, rück's darauf. Ja, ich reg mich darüber auf. Bei mir ist das die ganze Zeit schon so, ich weiß gar nicht. Rick und seine Versager könnten meinem Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht! Da bist du so ne... Ja, hier bin ich. Ah, das hat schon eine weiter oben. Sag doch Bescheid! Oh, das ist Automatikgeschütz! Das Beispiel. Ich auf... Oh scheiße, das schießt auf uns ab. Okay. Kein Luft. Ach ja. Das hängt mäßig aus. Jawoll! Ein Automatikgeschütz weniger! Okay, das sind fette Automatikgeschütze auf jeden Fall. Oh Mist! Kennt weiter, Sven! Zerstör die Geschütze! Wo sind die denn? Da ist noch ein. Hier oben weiter. Oh, das ist ein scheiß Loader. Was? Läserstrahler? Oh, ne, Läserstrahler. Prost! Oh! Alle Jungs haben Nachschub für dich! Such nach dem Kopter mit einem weißen Signallicht! Medikids kommen auf der zentralen Plattform! Okay. Okay. Oh. Oh. Komm schon! Ja, Heilo! Nice! Auf der Rückseite müssen noch welche sein. Ja. Also wieder runter. Also wieder runter. Lackt einfach immer noch. Das hat also nichts damit zu tun. Okay. Kommt ihr gar nicht mit? Doch. Ja. Nö. Ja, mit so 12 Frames die Sekunde komme ich hinterher. Ja. Ja. Achtung! Einfach mir mal zuhören. Auf der anderen Seite sind noch mehr Geschütze. Ja, das hab ich verstanden. Ja, das hab ich verstanden. Wo ihr dann irgendwie wieder runter seid, hab ich verstanden. Ich spring jetzt einfach hier runter. Oder? Ja. Wäre gerade stumm, aber... Ah, hier runter. Ja. Hier ist noch... Ja. Slacken wir nicht mehr. Ach, irgendwo einer. Oh. Oben drauf müssen noch zwei sein. Ich fahre mal die großen Punkte an. Ja. Ja. Da bin ich ja gerade bei. Zwei von elf Autocannons. Seh ich grad. Mhm. Ja, ein bisschen was sind größer, aber es kann auch... Heyo. Hi. Jetzt hab ich auch richtig harten Legs gerade. Vor allem glaub ich, dass die Autocannons einfach respawnen nach einer Weile. Naja. Irgendwo. Was sie auch tun. Hab ich ja schon einen, die mich spawnen sehen lassen. Wieso kommen die irgendwo aus diesen Tafeln hier raus, oder was? Ja. Aha. Das ergibt plötzlich Sinn. Ups, Laser. Wow. Warum gehen die Laser durch die Kisten durch? Weil es auch in der Geläse sind. Außerdem gehen sie, glaub ich glaub, über die Kisten drüber. Ah, hi. Muss einfach springen. Ja, oder auf den Kisten steht da. Wovon krieg ich grad Schaden? Holy Shit. Ich hab das Ding spiel grad auf, Alter. Ich hab das Ding spiel grad auf, Alter. Ich hab das Ding spiel grad auf, Alter, was ist das Ding? Ich hab das Ding in der Liga. Ich hab das Ding, ich hab das Ding. Wir haben das Ding, ich hab das Ding. Das ist grad richtig. Ja. Jetzt sind's 5 MPs. Der Elfen. Wahrscheinlich kann ich das. Jep. War schon wieder Corby, oder nicht? Mhm. Jaja. Dann nehmen wir die LMT-Zer. Äh, da oben gehen wir uns automatisch zu setzen. Mhm, ich seh's. Wo oben? Oben auf der Erwägung. Ah, ja. Der ist ein Gunloader, ja. Kacken, lustig. Der Pol ist das nächste auf. Andere Seite. Komm, lad nach. Oh, Downloader. Das ist, glaub ich, für Level 26, oder? Äh, würd möglich. Ja, das kann sein. Ich kann ja echt nicht an so nem PCs liegen, dass es so laggt. Nee. Oder lag das bei Simon nicht? Nicht stark. Ich mein, ich hab die Priorität höher gestellt. Also bei mir würd' es Wendern nicht laggen. Ja, eben. Das Szenen. Deswegen würde es mich ja, dass es bei ihm laggt. Ich bin tot. Woran auch immer ich gestorben bin. Um irgendwas. Ja, ich sterb jetzt auch. Hab' wieder. Nice. Super. Oh, ja. Und Down. Ich hab' doch noch. Kriegst du's hin? Ja. Doch. Ah. Da bin ich. Könnt' ich auch holen. Oh. Okay. Muss das schon hier irgendwo geschützt sein? Oh. Oh. Verwirrt. Aber wo? Wahrscheinlich wieder unten am Ring drauf. Ja. Ich seh' es. Ich kann von hier aus drauf schiefen. Okay. Mach du das. Ja. Geht. Und wieder da. Oh nice. Die Last Trap hat mir im Heer geklaut. Entschuldigung. Ja, das hat mich wieder im Lebenswasser irgendwie auch. Der rauskommt. Der rauskommt. Ja. Schön, ey. Ah, die Laser. Die sind unten auf'n Gang. Automatic Schütz. Automatic Schütz down. Ich auch. Fuck. Die Laser. Wer ist denn? Bei Laser muss man immer auf die Kästen hoch. Immer. Oder man hüpft die ganze Zeit. Ja. Auf'n Gang geht das nicht. Auf'n Gang sind die Anders aufgebaut. Ja. Ja. Der ist so hart. Hi. 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 Ich muss nur irgendwo hin. Ich bin jetzt fast da. Ich seh' auch wieder keine. Ja. 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 Das ist auch asozial. Das Ding steht jetzt direkt an der Treppe zum Ring hoch. Das ist auch verdammt anstrengend gerade. Toll. Schau mal, ob ich noch zu dir komme, irgendwie, Simon. Ist gut. Ich versuch's von weg gerade. Alles in Ordnung soweit. Sind da. Ich wäre noch dran gekommen. Wow. Da ist noch eins. Medikids kommen auf der zentralen Plattform. Das ist mein. Hab' ich gleich. Gut. Wuhu. Dann haben wir's auch. Alter ist das heftig. Hab's. Gut. Voll die Party hier. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanoneln schützen? Weißt du, du bist wirklich ein Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Oh. Okay. Das wird nicht schaffbar sein. Ich auch. Darf ich holen, ja. BNK 3R. Der größte Verteidigungs-Spot, der je gebaut wurde. Ich hab' ihn selbst entworfen. Jetzt, tu mir eine gefallen. Oh, stopp. Robot 1. Ugly's. Zero. Oh Mist. Der Bunker hat angehoben. Schatz. Jetzt wird schmutzig. Tot. Geil. Da wirst du schütteln. Jetzt. Danke. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Der Bunker heilige Scheiße. Der landet gerade direkt vor meiner Fresse. Ist das ne Morse-Kanone? Schön. Geil. Auf dem Weg. Ich will auch so'n Ding fliegen, Junge. Geil. Ich glaub' man... Ich weiß ja nicht mal, wie man dem Schaden zufügen soll. Abknallen. Ja, irgendwie das logisch stimmt, oder? Man kann ihn ja überhaupt nur abknallen, wenn er gerade irgendwo rumsteht. Wenn er sich wieder irgendwo ansetzt. Oh! Granaten. Das ist... Jo. Schieß, dass wir... Alts. Die einen aber nicht mehr durchschelten. Äh, wenigstens sind hier momentan nicht überall Bobs, sondern ein paar weniger. Ich glaub' er setzt sich an. Ich mach' ihn Schaden. Ja, ich jetzt auch. Werbe. Ich versteh' die automatische Schütze aus der Wurter. Ach so, man soll die Autokernis da oben umbringen. Nice. Okay. Wir haben alles weggemacht. Wir haben alles weggemacht. Wir haben alles weggemacht. Foto er Bisschen woanders als wir. Ja, ich weiss. Aber ich hab ihn bisher auch getroffen gehabt. Äh. Sehr danke, dass du einfach nur vorbeirans und gestoppen hast. Was? Ja, ich wollte gerade Simon retten, tut mir leid. Und jetzt bin ich da und wieder da, nice. Kann man, wenn man am Sterben, noch Kanaden lösen? Nein. Gerade. Schön wär's. Ich glaub, wir sollten hier nicht oben sein. Hier oben sind viel mehr Loader als da unten auf den... Ja. Geben wir wieder runter. Ich war halt nur hier oben, weil der Weg gerade frei war. Die Trasse ist auch an sich sehr praktisch, weil der große Flieger hier gerne mal einfach stehen bleibt. Mal zur Gun Loader, die man hier noch kurz loswerden muss. Wo zum Beispiel? Da haben wir wieder Platz. Und es sind noch ein paar Bubble Mates. Holy shit, die Geräusche. Komm, komm, komm. Komm. Hier. Komm, nach, nach. Ella. Wo bist du da hinten? Moment. Hol dich. Ich hab's, ich hab's alles gut. Okay. Lol. Ja, super. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ja. Ja, ich hab's gemerkt. Danke für die Warnung. Hi. Aber größer und hab ich nix. Danke. Gibt's wieder Schaden? Wovon? Vor allem ist er einfach wieder... Ja, von den Fliegern immer noch. Ah ja. Aber Level 26 eh, ne? Stell dir mal vor, wir werden auch Level 26. Na gut, so sind es aber auch wieder nicht. Doch, ist er. Erinnerst du dich nicht? Boah. An so, was ein Level immer so ausmachen kann? Anscheinend nein. Hat nicht. Da ist er wieder. Wir weg. Aber er qualmt schon so'n bisschen, ist doch schnais. Ja, ist gut, ist gut. Wenn er anfängt zu trennen, sieht aber toll aus. Ach ja, noch mein Mörtel. Das wird gar nicht gut gerechnet. Das wird stuck. Vor allem die Bullloaders überall, ne? Okay, er steht wieder da mit ner neuen Autokern. Jo. Er fliegt wieder. Geil. Heißt, das Ding ist richtig Hammer. Hallo Bullloader. Hallo Wanda, oder? Geil. Geil. Elektrizierend. Mhm. Ich fühl mich mit meinen 18 Leben dort richtig lebendig. So. Ganz so. 18 Leben sind viel. Es sind zwei Katzen. Oh. Die Katzen sind aber nicht viel. Pass auf die Zielsuche-Raketen auf Slap! Alles klar, wir kommen auf Zielsuche und Raketen dazu. Eine Güte. Natürlich, die sind doch schon die ganze halbe Zeit da. Ja. Gerade deswegen sollte man nicht nach da oben gehen. Der steht aber grad rum wieder. Ja. Ist egal. Soll hier hinkommen. Ich kann von hier aus auf den schießen. So ist eigentlich das Problem. Hab ich grad wieder Money für meine Snapper? Ja, hab ich. Komm, komm, komm. Nachladen. Der war auf den anderen Seite. Ich bin hier weg. Aber es ist auf Hälfte jetzt. Fast. Naja. Fast. Wenn man sehr positiv denkt, dann ist das auf der Hälfte. Ja. Da kann man positiv bleiben. Ist ganz gut. Also wo man manchmal Wünschdenken einfach. Ist so irgendwie. Mörserfeuer! Mörserfeuer in Deckung! Die Hilfskopter, der eine von denen hat gerade Ritter Valkyran gesungen. Das machen die ständig. Voll geil. Ist ihnen das noch nie aufgefallen? Das ist die geilste Anspielung ever. Korns. Wenn Helikopter das war. Ja, ich bin da, alles gut. Wie kannst du das jetzt gehört haben, meine Güte? Das habe ich erst jetzt gehört. Ich finde das mega cool. Obwohl das nicht erwähnt. Doch, ich habe das schon gehört. Wie geil ist das? Da ist es. Oh, es? Es. 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 Meine Schlecht können dir nicht helfen, wenn du die Automatik der Schütze nicht ausschaltest. Ja. Da steht zwei Meter davor. Ist auch geil. Ja. Aber gut. Wir haben die Schaden, meine. Die große Kanone lädt sich auf! Komm. Äh. Das klappt. Jetzt haben wir die Hälfte. Jetzt haben wir die Hälfte. Jetzt haben wir die Hälfte. Ja. Na klar. Ich finde es auch cool, wie ich einfach mit meiner Shotgun auf das Teil darauf ballern kann. Ja. Wo ist denn der Film nochmal? Wo ist denn der Film nochmal? Der... Wie sieht die bekannten Szene? Weiß nicht, was die Kopter... Äh, Titanic? Hä? Mit den Helikoptern und äh... Reperatüren. Titanic. Nein. Nein. Was ist denn? Fresse labern. Ja, schmeiß die Waffe doch wohl dann. Ja, ist doch egal. Die Schaden haben das nicht mehr labern. Break. Fresse. Oh, der... Äh, wer ist denn dahin? Ja. Nein. Autocan. Autocan. Erledigt. Ja, die Autocan da unten ist noch. Eines hab ich noch wenigstens gesagt. Das ist zwar keine Ahnung. Komm, lad nach. Ich muss den nochmal anschießen. Ich bin voll dran. Und nochmal nachladen. Er aktiviert seine Monsterwaffe! Ah. Das ist ne Monsterwaffe. Macht schlecht Monsterwaffe. Ah. Okay. Einfach wieder rüber laufen. Jo. Überlaufen und warten. Ich sag's euch. Mit Level 26 hat man jetzt schon gut. Jaaaa. Aber es ist ja so viele spannende... Rumpstecken, Karate. Rumpstecken. Ohne Shit. Steht wieder. Aber da hinten irgendwo, ne? Ich bin schon wieder out of ship. Ich bin schon wieder out of ship. Oh. Ich bin schon wieder out of ship. Oh. Ich bin schon wieder out of ship. Big ass weapon, sagt er auf englisch. Ist viel geiler. Ist auch. Aber das Ding ist trotzdem nicht geil. Und es wird auch ziemlich verreckt trotzdem. Und wir machen das Ding. Gut schaden, gut schaden. Au. Schau, wo schreckst du? Na super. Rett weg, Leute. Ja direkt vor ihm. Ahahahahaha. Ich schreck auch jetzt. Das ist knappi. Erst weg, Herr Florian. Simon, wo bist du? Ich hab Simon schon. Alles gut. Oh. Das ist aber echt, äh... Das hat sich eigentlich gar nicht mal durchrecht. Nö. Wir haben bald Routine. Aber ich hab exakt null Munition gerade. Für jede Waffe. Ich muss grad irgendwo auf Waffenkisten blinden. Mörserfeuer! 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 In Deckung! Man würde irgendwann meinen, der wüsste, dass er sagt, oder? Aber... Schau's dir mal an. Jetzt wo Nacht wird, sieht ja alles sehr vereinnungsvoller aus. Mörserfeuer! Mörserfeuer! In Deckung! Wo... Alter! Ist mega, glaub ich, oder? Ich bin grad für Anlass. Sorry, ich suche Money. Bin da. Bin immer da. Der Bunker war auch. Die helfen, die zu hält der Hand. Ja. Das ist schon regelmäßig. Das ist doch so. Regelmäßig, das wird ja. Komm, einmal nachladen, bitte. Dann auf die Super-Waffe oben. Die voll auf mich gerichtet ist, aber hey. Perfekt. Finde ich egal, wo du gerichtet bist. Der steht jetzt. Im nächsten Anflug ist der fällig. Ja, jetzt schon. Komm, lad nach, lad nach! Oh, nichts reden. Nee, das geht noch. So fremdintensiv. So fremdintensiv. Das ist aber auch ne nette Sache, ey. Wie lange werfe ich die Muni? Echt? Gibt nicht mehr zu viele Orte, wo man noch Muni abwerfen kann. Achtung mal aus der Galaten! Ah, ich, äh... Leider keinen... Ich mach die Magazin-Größe schon. Bis 24 Prozent. Cool. Ich hab noch einen Freischuss in meiner Sniper. Ich hab noch drei Raketen gefordert. Ich bin... Ja, ich hab keine Rakete mehr. Das ist mein Problem. Komm, glaub ich jetzt. Ja. Ja. Okay, komm. Kannst du jetzt noch Death Shrub? Jetzt... Ja, ich hab noch sechs. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Beide Shrub's können dir nicht helfen, wenn du die automatische Schütze nicht ausschautest! Ja, 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 ja. Ich hab noch nicht mehr auf die Schütze. Ja, weg zu den Kredits. Alter, das kann nicht wahr sein. Zeig den Spiech. Oh, ich hätte Warlord. Also ich inzwischen wieder, Muni. Ja. Ja. Hast du auch keine mehr? Mhm. Hier liegt Hellz, Leute. Jo. Mary Kids, komm mal auf der Zentralen-Transform! Ja, komm mal auf. Hier ist noch Munition für dich, glaube ich. Ach so, die... die schmeißen noch welche ab, ne? Ja. Ja. Einiges hat gerade Consorware oben. Ja, aufgesehen. Ich bin mir leid, dass der das einfach aufnimmt wird und früher wäre... Level 24. Ja. Jetzt. Will ich nichts tun, tatsächlich. Also, wir haben's gleich. So, Maketen drauf. Wo ist der Kerl? Überm, äh, Aufrang. Ah, direkt über uns, sag das doch. Direkt über dir? Down. Uuuuuh, direkt Next Level. Alter Verrecke. Da fliegt viel Geld rum. Ja. Okay, ich glaube, das war's mit dem Munitionsproblem, Leute. Da fliegt viel vieles rum. Haha. Jetzt, da der Bunker zerstört ist, kommst du an die Türe zu meinen Räumen heran. Mach schnell. Ja, sammle einfach alles auf. Ja, können wir uns nachher rum kümmern. Und das ist da, wo wir hin müssen später. Sicherheitsdürre öffnen. Also, hier hinter mir sind auch grad ne ganze Menge Waffen hingefallen. Ich hab die einfach auch mal aufgehoben. So. 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 Ich hab jetzt auch den Scheiß-Hop. Und sieh, man macht schon weiter? Ich lauf grad zurück. Weil hier unten auch noch einige rumliegt. Jetzt wird die gesamte Map verteilt. Oh, geil. Einmal alles ablaufen. Und dedans. Und dann mehr? ich ab Oj覺lich.